Der Tiger rutscht, der Tiger verwendet, geht da hinterher. Aber eben auch schon solche kleinen Sachen. Jetzt gibt es nichts mehr zum Essen, Meister. Guck, Andrew, darf dann doch restfahren. Ja, das ist ja Thomas seine Welt, ne? Ja. Ich freue mich nur daran, dass es dem Tier schmeckt. Uns wird das Tier nachher auch schmecken. Dieses aber nicht. Das hast du gesagt.